Herzlich willkommen beim Online-Videokurs mit dem Thema Ausweg aus der Pornografie. Dieser Kurs wird dir Hoffnung geben und zeigen, dass es einen Ausweg aus der Welt des Cybersex und der Pornografie gibt. Vielleicht siehst du dir pornografische Inhalte im Internet an und merkst zwar, dass es dir nicht gut tut, hast aber nicht die Kraft, damit aufzuhören. Dieser Kurs wird dir Mut machen und kann dein Leben verändern. Es gibt einen Weg heraus. Es gibt Hoffnung und eine Zukunft ohne Pornografie. Sexualität zu entdecken für das, was es eigentlich ist. Es kann aber auch sein, dass du indirekt betroffen bist. Dein Partner schaut sich Pornos an. Du verstehst nicht, warum er oder sie das tut und es verletzt dich. In diesem Kurs geht es darum, wie du Hilfe bekommen kannst und wie du deinen Partner in seinem Bemühen unterstützen kannst, mit Pornografie Schluss zu machen. Vielleicht bist du ein Elternteil und deine Kinder sind über Smartphones oder durch Schulfreunde mit pornografischem Material in Berührung gekommen. Und du möchtest nun wissen, wie man ein Gespräch mit seinen eigenen Kindern führen soll. Vielleicht hast du Fragen wie, was kann ich tun, um mein Kind im Internet zu schützen? Auch dieses Thema werde ich konkret im Online-Videokurs ansprechen. Mein Name ist Philipp Pöschl. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder im Alter von 3, 11 und 13 Jahren. Auch meine Frau und ich müssen uns allen Herausforderungen, die es rund um das Thema Internet gibt, stellen. Sätze wie, alle Kinder haben ein Smartphone, nur ich nicht, hören auch wir oft. Ich werde in diesem Kurs aus meinem eigenen Leben über meine Erfahrungen mit Pornografie sprechen. Du wirst hören, wie ich mit dem Thema der Pornografie umgegangen bin und mit welchen Herausforderungen ich konfrontiert war und wie ich schließlich Hilfe gesucht und auch bekommen habe. Ich werde aus meinem Leben erzählen, wie ich als Achtjähriger mit Pornografie in Berührung kam, über viele Jahre versuchte, aus der Pornosucht herauszukommen und wie Gott mir half, einen Ausweg zu finden. Pornografie ist kein Thema, mit dem nur eine kleine Minderheit zu tun hat. Nein, auch in christlichen Kreisen hat sie längst Einzug gehalten. 60% der christlichen Männer und 20% der Frauen haben zugegeben, innerhalb des letzten Jahres aktiv pornografisches Material angeschaut zu haben. Ja, Pornografie ist auch ein Thema für Frauen. Sexualität ist etwas Besonderes, Kostbares und Intimes, das die Erfüllung im geliebten Partner findet. Doch in der Pornografie wird die Sexualität losgelöst von diesen Dingen praktiziert und lässt den Menschen schlussendlich leer und unbefriedigt zurück. Internetpornografie ist eine unechte virtuelle Welt, die uns aber real angreift und verletzen kann. Unsere Websites hatten in den vergangenen drei Jahren mehr als eine Million Besucher, was deutlich macht, dass wir es hier mit einem sehr großen Problem zu tun haben. Man kann fast schon von einer sich ausbreitenden Epidemie sprechen. Das war unter anderem ausschlaggebend für mich, einen Online-Videokurs zu gestalten, um denjenigen Hilfe anzubieten, die nach einem Ausweg suchen. Der Kurs selber besteht aus 14 Einheiten zu je 5 bis 7 Minuten und behandelt die vorhin erwähnten Themen. Du bist ganz herzlich eingeladen, an diesem Online-Videokurs teilzunehmen. Dieser Kurs wird dir in deiner Situation helfen. Es gibt Hoffnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020